Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wo liegt das Glück heute am 25. August 2017? Wen beschenkt Fortuna im heutigen Tag? Das sind gerade die Wagengeborenen, besonders die Wagengeborenen, die am 5., 6. und 7. Oktober Geburtstags haben. Diese Energie strahlt etwas aus und das empfangen auch die Zwillingsgeborenen und auch die Wassermanngeborenen. Wo liegt das Glück? Das sind die Finanzen. Das ist ein Gewinn möglich. Oder die Wertschätzung. Das heißt, die Wagengeborenen bekommen gerade Wertschätzung. Es kann auch von einer männlichen Person ein guter Einfluss sein. Und natürlich, der Mond spielt auch eine Rolle, befindet sich gerade in diesem Energiefeld und hat eine zunehmende Mondphase. Das bedeutet, es vermehrt sich etwas. Und weil das um Finanzen geht, das kann natürlich auch die Gewinn sein. Aber bedeutet auch im heutigen Tag Schwangerschaft. Also das heißt nicht, dass jede Wagengeborenen Damen jetzt ein Kind bekommt. Aber die Energie ist da. Und wenn jemand diesen Wunsch hat, dieser Wunsch kommt zur Erfüllung. Worauf sollen wir achten? Weil es gibt immer wieder mal Hindernisse im Leben. Oder haben wir Lernaufgabe? Unsere Lernaufgabe ist momentan das eigene Wertschätzung. Und wie begrüßen wir den Tag? Mit einem Lächeln? Oder schauen wir die Sorgen an? Jeder entscheidet sich selber. Ich würde empfehlen, das Tag mit einem Lachen begrüßen. Wenn jemand Interesse hat, ihren persönlichen Glückstag berechnen, dabei kann ich helfen. Unten bei der Beschreibung befindet sich meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.